Ja, hallo Willkommen, mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dead or Alive 5 Last Round, nicht die Last Round, ich guck gerade noch mal wieder aufs Cover und ja, Last Round, weiter in der Story und zwar diesmal mit, ich glaub Bad Wong oder Brad Wong, ne? In der letzten Folge haben wir ja mit Zack, Rick und Buzz die Mission, Mission, die Story gemacht und ja, ich bin froh, dass ich den endlich mal steuern kann, den Betrunkenen, ich bin also ein kleiner Fan von so Drunken Style, auch die ganzen Jackie Chan Movies hier mit Drunken Meister und all sowas, ich finde den Kampfstil faszinierend, der ist einfach so selten dämlich gut und ja, dann fangen wir an, Reise, Brad Wong, okay, Meister ist Sui Ba Shin Kwan, auch bekannt als Drunken Fist, okay, nach Dead or Alive 4 begleitet er Elliot auf dessen Trainingsreise, dort auf der Reise reicht ihnen die Nachricht von Dead or Alive 5, deswegen ist der Junge überall dabei, wo der ist. Brad Wong, wat? Drunken, was mir das? Drunken! Drunken. 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 Darum muss gekämpft werden. Es gibt nur eine Möglichkeit zu entscheiden, wer das kriegt. Das war's für mich. Ah, okay. Ich glaube, mit dem zu kämpfen wird irgendwie besser sein, als gegen ihn zu kämpfen. Kloppen wir uns jetzt hier mit allen möglichen Zimmer, oder wie? Ich kann nicht rennen, was? Kann ich nicht rennen mit denen? Oder habe ich mir nicht nur eingewählt? Ich habe ja so eine Kick-Stance. Ich finde das so geil. Nein. Und liegen bleiben. Ja, so macht man das. Oben und Treifenkreis, genau. Ich wusste oben und irgendwo, aber... Das ist ja einer von euch, der hat vielleicht mal Essen, ne? Ja. 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 für die koreografie von drunken steel sogar sehr schuld schon wieder ok nein nicht die Hühner ich komm bei ihm nix 3 mal nein, nein ich bin eine Frau was machen diese jungen Leute heutzutage vor allem jungen aber kämpft man ja schon wieder ich weiß nicht wie man diese Dinge machen soll gucken wir mal nach eingabe liste anzeigen steht da auch griffe eher gegen hohen schlag nach oben gegen hohen tritt oben mittleren schlag ja ich weiß natürlich immer genau mit was der angreift hier da muss man sich alles merken verdammt also nicht nur hatte ich raten muss welchen Angriff der als nächstes einsetzt ich muss auch noch wissen wo der halt nochmal ist dann auf dem Controller soll es nur ich bin die ganze Zeit am blocken aber bringt ein dreck acht minuten ich komme nicht weiter ich werde das Spiel schaffen muss er noch einmal gewinnen das ist halt geile wenn ich zweimal gewinnen würde dann werde ich extrem sprecher weg weg ein bisschen aus wie der Kampfi von Genfu hier nein dieser alte Mann nein das gibt es doch nicht ich hatte ihn doch paar Angriffe sehen aus wie von Genfu der Typ der mich immer fertig gemacht hat im ersten Dead or Alive ich habe immer so viele Probleme nein hör doch mal auf mit deinem blöden Griff die ganze Zeit nein 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 ich hatte es auch schon wieder so gut wie gewonnen nein aber liegt aber auch so ein bisschen gegen die einen Charakter gegen die ich kämpfe ich habe zum Beispiel kein Problem gehabt das war das war das war das war das war komm her läck dich mit mir hin oh 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 wie geil war der Spruch denn ich habe kein Problem mit Alkohol Ich kämpfe nicht noch mal gegen Elliot. Einige Tage später. Einige Tage später. Einige Tage. Leihfahren. Erstmal auf die Freizeit geben. weg weg fuß fuß ich meine tanzfähigkeiten kannst du nichts machen es funktioniert ich habe sie total im griff ein masterplan funktioniert ausgezeichnet ehrlich auch auf dem fressen die wechsel mal noch mal zwei laufen wir haben wir ihn steuern die tome muss ich übrigens ausspielen der trainings einheit für die grundlagen sachen zu lernen und wir legen uns erzählen ich weiß nicht dass ich den ersten kampf so gewonnen habe arbeitslos ja elliot ok gut milch was ein spezialist ist singe kwan und der einzige lernling von genfu der legendäre ein frist ok das ist doch ich wollte schon sagen dem sein stil erinnert mich an genfu ich wollte schon sagen das ist ja kein wunder auf einer trainingsreise mit bright wong hört er von dead or alive 5 und entscheidet sich am turnier teilzunehmen möchte lernen was stärke wirklich bedeutet und hier gibt es anscheinend auch einen meister der eisenfaust elliot der tag vor dem dead or alive 5 turnier und hier die Wenn du sagst, wenn du sagst, dann kannst du dich auswählen. Ich weiß nicht, was du sagst, was du sagst. Ich bin der Frau, heute in der Karriere. Ich werde dich verletzen. Ich werde dich verletzen. Ich werde dich wieder aufwählen. Ich werde dich wieder aufwählen. okay ich brauche einen erwachsenen diesmal schmeiße ich aber jemand hier unter eine frau ist unter geschmissen ich fühle mich jetzt toll lange konnte gehen wo auch dabei ist noch so viel erfahrung mit denen glaube ich meine güte jetzt hat voll einfach der tolle fünf turnier jetzt gern froh cool 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 okay cool ok Nein! Oh Gott! Outsch. Das ist der Hammer. ich habe diese dinger werden aber nur ausgelöst hat sich nicht irgendwie die hälfte hp ab oder so oder den blocken abwärtsen nein ich schau wieder sehr gut okay dem ist aber einfacher finde ich china zwei tagen später das hat schon vorbei dass mich nicht gegen den kämpfen warte mal ist das gen fuhrer gewesen trägt immer so ein reißhut mit die Da kann ich schon wieder eben... Hm, sehr gut. Schack. Schack. Ha, sag recht auch. Ihr könntest euch den Runden, und ihr könnt euch den Runden, und ihr könnt euch zu nutzen. Und der Herr, wir haben unseren Runden. Also müssen wir euch den Runden. Ich habe noch eine sehr wichtige Arbeit für euch, aber ich gebe euch das. Oh, Herr, danke. Hm. das war den schüler mitgenommen ich dachte leifang ok lefengen kann merkwürdiges training dieser dort deutlich anders aus meiner ersten spiel ein wunderkind des tatschik waren damals eigentlich alles in die kran so sie hörte vom dead or life 500 machte sich mit hitomi mit der sie nach dem heftigen kampf bei dead or life 4 freundschaft schloss auf eine trainingsreise jetzt hat sie wieder möglich hat das turnier zu gewinnen und nochmals gegen ihn zu kämpfen leifang wer ist ihn ein ja 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 Was? hat sie kann sie auch nicht mit ihm ein die brücke weggehauen zu 2 gegen 1 verlegen ich habe es nicht einmal geschafft diesen angriff zu machen mit diesen komischen tritten die musik im hintergrund passt zu dem typen auch auch Ich bin da. Boff. Und tschüss. Nein. War schon da. Boff. Okay, sehr gut. Best Friends Forever. Südamerika. Eine Tage später. Meinen Sie ihn? Mit ihm? Ich habe gesehen. Sie haben so viele Trainings gemacht. Ich werde das nicht tun. Ich werde das nicht tun. Ich werde das nicht tun. Ach so, beide greifen wir erstmal annehmen. Ach man. kommen wir nicht so ihr zu kommen zu machen die sagen auf seite konnte ich glaube nicht kannst du sagen aber ich habe es gut und dann der krepp abgemacht okay schultertasten kann man ja auch noch benutzen fällt mir auf aber ich weiß nicht ob die alle machen jetzt in einem kino mehrere tasten ein wachsort nein das gibt es doch nicht vorgeplant ist der einzige angriff den ich kann habe ich gefühlt nein auch aber mein Gott ich krieg da nicht hin damit irgendwie keine komos man auch so gefühlt wer das war sie auch ich hab mich hier vollkommen kaputt sound boah das gibt es doch einfach nicht nein nein komm doch nein nein komm her hoi hui sehr gut ich habe mich raten wer der letzte gegner ist new york einige tage später ja 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 hai ja 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 Okay Einfach eine gute Zwiebel ich weiß nicht wie ich mit dir kommen muss machen soll das war gut wirst du wie ich das gemacht habe wenn ich wüsste was dieser angriff macht keine ahnung weil wir die gegner irgendwie damit und mich selber mhm wui hm 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 tritt einfach ja da bist du sehr gut versteckt nein nein mach es nicht mach das nicht nein nein was das war so geil ähm ja das ist ein neues kapitel hitomi freigeschaltet aber das spielen wir erst in der nächsten folge von let's play dead or alive last round dead or alive 5 last round ich bedanke mich allen für zuschauen und sage tschüss bis zur nächsten folge